Ich mag ganz wie ein Erfrischungsstäbchen. Schön kalt, aber viele hassen die ja, aber ich die voll. Ich finde die auch geil. So eine kalte innere Flüssigkeit gibt es ja verschiedene. Und dann so knuspriges Außen drumherum. Ich finde aber das Pfeffige mit Zitrone ist es, glaube ich, oder so am Kopf. Ich hatte letztens mal einen Mango oder was das da drin war. Das fand ich überhaupt nicht gut. Keine Werbung, bitte. Vor allen Dingen, ich mache die ja umsonst. Die Leute müssen noch nicht was bezahlen. Oh, da läuft sie hin. Ach, wo laufe ich denn hin? Ja, ich wundere mich. Dann schießt du da, lass mal hin. Alice im Wunderland. Und ich muss auch sagen, also ich kenne mich auf der Map hier noch gar nicht so gut aus. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch mehr der Freund der alten Maps. Ich finde die alle cool. Ich finde die schön, klar. Die ist schön, aber auch. Hier war ein Pferd. Jetzt will ich mir auch mal einen Kill machen, wenn ich mir schon eine Mose hinzugelegt habe. Keine Ahnung, ob die jetzt schon weitergezogen sind. Zum Glück die blöden Feuer weg. Was für Feuer? Ja, die brennen im Map. Da war ein Feuer, ja? Ja, da war alles voller Feuer. Ach so. Ja, da war es halt halbe Mess, aber viele Stellen haben gebrannt. Aber war das ein Event? Ja, im Event. Die ganzen Events war das. Okay. War das jetzt gut. War an sich eigentlich ganz cool, aber war aber gut, wenn wieder nicht war. Oh, die Mosin gehört mir? Ja, ich habe hier eine. Wappt vom Ort. Okay. Einer hängt den Schuppen da hinten. Einer rechts, einer weiter links. Einer ist verreckt, aber den hat ich nicht getötet. Ach, schade. Nein! Ich Idiot. Falsches Gebäude. Was machst du denn, Alter? Ich spüre aus dem Fenster, weil ich dachte, da wäre was. Hinter. Krasse. Aber war falsches Gebäude. Hier hinter müsste einer sein. Da ist einer. Ja, die haben mich schon getötet. Beide links. Okay. Da ist doch noch. Getroffen. Hinter der Mauer da hinten. In den Felden. Pass auf, irgendwo ist hier einer. Wow. Wo bist du denn? Hier, an dem Schuppen. Ja, wo ist er? Wo ist meine Spritze? Ich bin die nicht. Geht also. Uh. Komm mal. Komm mal. Kann ich auch mal was? Sind die sechs Teams? Ah, drei Teams. Der lebt auch schon wieder. Schön. Lieb schon wieder ein anderer, glaube ich. Ja, komm. Gut, 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 gut. Er gibt mir gleich wieder einen Kopfschuss, bitte. Ich muss mich heilen. Sag mal, ich treffe nichts. Sag mal, für was bin ich heute überhaupt gut? Heute, gute Frage. Ah, dacke. Setz dich doch nicht so unter Druck. Ich treffe nicht eine Kugel, Junge. Ist da noch in der Hüte drin? Ja, dahinter. Er gibt mir nicht schon, Alter. Das klingt schon wieder an, ey. Klingt schon wieder an, ey. Liegst du gut? Ja, hinterm Pelsen. Links, oder? Ich glaube, er will wieder benehmen. Also da habe ich was gehört. Boah, lass ich mich irritieren. Ich hatte mir eine Döpfung gegangen. Wer mir wieder einen Kopfschuss gegeben hat, ne? Ah, hat sein Freund gelöscht. Ich lasse den gleich. Ich habe ihn getroffen. Okay. In jeden Fall, glaube ich. Nein! Er drückt mir den Headshot, Alter. Sag mal, was ist denn hier los? Danke. Cool. Der kommt näher, glaube ich. Der kommt wieder von... Was sehe ich denn hier? Oh, der geht mir auf den Zweck. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe ihn getroffen. Der hat Schrotflinte. Die Entfernung. Jetzt macht er sich lächerlich. Jetzt will er... den großen Max raushängen lassen. Meine letzten Schuss mit der Waffe. Ich verstehe es gerade nicht. Wirklich nicht. Oh, er rennt unten rum. Wo? Er ist unten nach links rüber gerannt. Oh, Gott sei Dank, Alter. Ich brauche Munition. Den habe ich abgefackelt hier. Den kann man nicht mal looten. Schade um die Mohrsinn, aber... Besser, als wenn wir wieder zwei auf dem Hals hätten. Das war der aber noch nicht. Wo ist die andere? Hä? Ach so. Was denn? Der liegt doch hier oben. Hier ist er. Ja. Ah, ach so. Die roten... Ah, das war der eine, der glaube ich vorhin direkt eine kassiert hat. Was haben wir schönes? Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Einer fehlt noch. Tja, vielleicht war da eine Solo drin. Nee. Warte. Ich brauche Munition, Minion. Ja. Ich habe auch jetzt nicht... Ich weiß, dass ich hier eingehört, aber... Boah, hier. Ach, scheiß drauf. Lass mal ein bisschen in der Hütte schnöckern nach Munition. Wir können auch zum Ostring laufen. Oh, einer hat so einen genommen. Wir können da hinrennen. Lass mal da hinrennen. Sonst kommen wir zu spät an. Naja, aber ohne Munition. Ja, auf dem Weg finden wir Munition. Immer durch die Stadt laufen. Was sagst du? Ich habe nur noch drei Schutz. Ja, passt schon. Ja, du bist doch Profi. Ich glaube dir. Weil da hinten... Der hatte nur einen genommen. Der ist abgehauen von Einzelgänger. Und vielleicht... War das der? Ein Bound, die bevor die anderen da unterrennen, weißt du? Mhm. Die werden sowieso da unterrennen, weil der Ausgänger ist. Oder die wollen uns verarschen. Nein, der ist doch schon rausgegangen. Siehst du doch. Ah, naja. Da sind noch zwei raus. Ja, bevor die da halt... ...einfach nehmen, wollen wir das ja holen. Hinter dir? Hinter dir? Alter, ey. Trifst mich. Lass es sein, Motor. Ja, die gehen schon runter. Oh, oh, oh. Es kann gut sein, dass wir es nicht schaffen. Ja, ohne Munition kann ich sowieso nicht viel machen. Ey, die alte kommt ja hinterher. Die blöde Kuh. Und vor allen Dingen völlig geräuschlos rennt sie durchs Wasser, Junge. Also, ich bin ein One-Shot ohne Muni. Alles gut. Muss ja nur einer hin ankommen, wenn sie das Bounty nehmen. Und in der Versuchung zu clonen. Geil wär's, dann könnte ich hier diesen Kugelfänger ausrüsten. Rausrüsten. Hier ist Munition. Cool. Die sind schon da. Scheiße. Die müssen wir so umlegen. Ja, wenn wir es schaffen, da hinzukommen. Ich bin ja jetzt schon weg drin. Und da haben wir keine Chance mehr. Na ja, dann raus. Wieder rein. So, hier ist auch nochmal Munition am Turm. Cool. Ja, die könntest du aber vielleicht schaffen. Das wird schlecht eingefallen. Ja, genau. Zombie im Zombie. Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Ich bin auch außer Atem komplett. Ich glaube nicht. Gerade eines steht drin. Keine Chance mehr. Okay. 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 Oh, du bist drin. Ja, aber... Warte, ich bin gleich da. Ich bin zu der Sache. Ich habe blockiert. Ich habe einen getroffen. Ich habe einen umgelegt. Einer ist noch im Wasser hinterm Boot. Ja, der ist tot hinterm Boot. Nee, da ist noch einer. Ein schwarzer mit einem schwarzen Flinte. Was macht er? Minus. Ja, rein und holen. Haben wir noch. Bozzi. Ah, geil, ey. Schön. Schießt ihr noch einen auf uns? Nein, Klaus-Bumpe. Ah, okay. Alter. Nein, was mache ich denn hier? Habe ich meine Waffe getauscht? Ey, warte mal. Schleger? Warte mal eine schöne Waffe. War aber doch noch geschafft. Ja. Ey, die waren eigentlich schon raus. Eigentlich jetzt. Nein. Na, da hat sich die Herzerei am wenigsten noch gelohnt. Ich weiß nicht, wie viele Kills haben wir? Fünf oder was? Keine Ahnung. Nein, vier. Hm. Glaub ich nicht. Oh, sechs? Wie viele Kills hast du denn gemacht? Ich denke, vier habe ich gemacht, ja. Oh, nice. Mal gucken, lass sehen. Ne, fünf habe ich gemacht. Und eine unterstützte. Hey, Leute. Drei Einzelten, aber. que century alle Kills Teil. Sindsな Gott. lashes et Tein. UndKele ein semiconductor. Ein Sieges historie dem Einsatzstuh. Tschüss. Ich weiß. Dies ist mal, denke ich.